Moodle Lernraum. Wie man Aktivitäten so konfiguriert, dass diese als abgeschlossen markiert werden. Aktivitätsabschluss bedeutet, die Studierenden erkennen durch eine Kennzeichnung sofort, wann sie etwas erledigt haben oder eben noch nicht. Ich zeige das zunächst aus Studierendensicht. In diesem Kurs ist als erstes eine PDF-Datei eingebunden, die einmal aufgerufen werden muss. Beim Studenten wird das durch die Aufforderung Anzeigen deutlich gemacht. Hat er die PDF angezeigt, erscheint das grüne Label mit dem Erledigt-Taken. Ein Einführungstest muss durchlaufen und bestanden werden, damit er als erledigt gilt. Auch das wird dem Studenten transparent angezeigt durch die Aufforderungen eine Bewertung erhalten und Bestehensnote erreichen. Hat der Student den Test zunächst nicht geschafft, wie hier im Beispiel, ist zwar die Voraussetzung eine Bewertung erhalten erfüllt, also grün, allerdings wird in rot angezeigt, dass die Bestehensnote noch nicht erreicht wurde. Der Test darf aber in diesem Fall beliebig auf wiederholt werden, bis auch hier die Abschlüsse alle grün angezeigt werden. Weiterhin ist noch eine Aufgabe im Kurs enthalten. Als einzige Bedingung für den Aktivitätsabschluss ist die Aufgabe so konfiguriert, dass eine Abgabe eingereicht werden muss. Und schließlich gibt es einen sogenannten manuellen Aktivitätsabschluss, bei dem die Studierenden einfach einen Haken selber setzen, wenn sie etwas als erledigt kennzeichnen möchten. Dabei kann ein manueller Aktivitätsabschluss an alle möglichen Aktivitäten und Materialien drangehängt werden, zum Beispiel in diesem Fall einfach an ein Textfeld geknüpft werden. Durch Klick wird auch hier ein grünes Erledigt-Label angezeigt. Im Kursindex auf der linken Seite kann man übrigens auch auf einen Blick sehen, welche Aktivitäten bereits erledigt worden sind. Hier erscheint dann ein grüner Punkt. Unter welchen Bedingungen etwas als erledigt gilt, kann die Person, die im Kurs die Rolle Lehrende oder Lehrende hat, in Abhängigkeit von dem Material oder der Aktivität selbst konfigurieren. Voraussetzung dafür ist, dass in den Kurseinstellungen der Menüpunkt Abschlussverfolgung aktivieren auf Ja steht. Bei neueren Kursen ist das der Standard. Von Lehrendenseite sieht das dann so aus. Habe ich eine Aktivität, zum Beispiel eine Datei hinzugefügt, kann ich unter Einstellungen und dem Menüpunkt Aktivitätsabschluss die Art der Abschlussverfolgung wählen. Entweder wird der Abschluss manuell markiert, das führt dann dazu, dass der Student oder die Studentin einfach den Button erledigt klickt oder es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, um den Abschluss zu bekommen. Das macht zum Beispiel bei der Aktivität Tests Sinn. Hier habe ich als Lehrende verschiedene Möglichkeiten der Konfiguration des Aktivitätsabschlusses. Ich kann einfach einstellen, dass TeilnehmerInnen die Aktivität aufgerufen haben müssen, um sie abzuschließen. In der Regel möchte ich aber schon auch, dass sie den Test nicht nur aufrufen, sondern auch absolvieren und abgeben, also eine Bewertung erhalten. Vielleicht möchte ich aber auch, dass die Studierenden den Test bestehen, damit er als abgeschlossen gekennzeichnet wird. Möchte ich das jedoch einstellen, muss ich vorher unter Bewertung in den Einstellungen der Aktivität eine Bestehensgrenze eintragen. Wenn ich zusätzlich einen Abschlusstermin setze, dann wird die Aktivität bei den Studierenden, sobald das Datum herannaht, auf dem Dashboard in der Zeitleiste als fällig oder überfällig angezeigt. Die Aktivität kann jedoch auch nach dem Abschlusstermin noch absolviert werden und ganz normal als erledigt gekennzeichnet werden.